Am anderen Ende der Welt, auf der Südinsel Neuseelands, hat sich eine kleine Stadt ein großes Ziel gesetzt. Ab 2022 sollen in Wanaka keine Einweg-Kaffeebecher mehr benutzt werden. Bronner Parsons ist Teil des Single-Use-Cup-Free-Wanaka-Teams, welches die treibende Kraft hinter den Vorhaben ist. Wanneker hat weniger als 9000 Einwohner, aber dafür jährlich umso mehr Touristen. Was halten Einheimische und Besucher von der Idee, dass es hier zukünftig keine Einweg-Kaffeebecher mehr geben soll? Ich denke, es ist eine FABULOUS Idee, und es würde wahrscheinlich sehr gut in anderen Plänen als auch. Ich denke, coalescing mit allen, die hier, um das Ziel zu leben, ist sehr achievable. Wir haben eine Möglichkeit, die Leute zu kommunizieren, die das Ziel ist, und das Ziel zu haben, wird es mehr Herausforderung. Ich liebe die Idee, aber ich denke, es wird ziemlich hart sein, um alle zu kommen. Ich bin ein Freelance Barista, also habe ich so viele Kunden gesprochen. Es ist so ein Ehre, dass alle jetzt Kiep-Kappen bringen, alle fühlen sehr schlecht, wenn man die Kiep-Kappen benutzt. Ich denke, es ist definitiv achievable. Es ist schwierig, diese Kiep-Kappen zu nehmen, wenn sie so an die Leute zu haben. Ich denke, es ist ein bisschen ein Veränderungsveränderung. Wenn man es einfach so leicht macht, damit es in die Lebenszeit ist, ist es achievable. Rund 295 Millionen Einwegwecher werden jedes Jahr in Neuseeland weggeschmissen. In Wanneker allein sind es knapp eine Million. Darauf, dass jeder immer daran denkt, seinen Mehrweg-Kaffeebecher mitzubringen, können sich Bronner und ihr Team nicht verlassen. Ihr Plan ist es, dass alle Cafés in Wanneker ein Leihsystem benutzen. Für 3 Dollar Pfand können sich Kunden einen wiederverwendbaren Becher ausleihen, den sie in allen teilnehmenden Cafés zurückgeben können. Sharon Matthias ist eine der Kaffeebesitzerinnen, die das Leihsystem verwenden wird. Ich denke, es wird nicht mehr günstiger sein. Wir haben die Plastik-Lids auf Kappen gebraucht und das hat uns 50% der Kosten gebraucht. Also ich bin sicher, das System wird sehr ökonomisch sein. Im letzten Monat haben wir den Menschen gesagt, dass sie sehr enthustig sind. Sie verstehen, dass sie 20 Kappen haben, die 60 Dollar wert sind. Wherever sie wollen, sie können sie zurücknehmen und ihre 3 Dollar bekommen. 2022 ist das Stichjahr. Damit haben Bronner und ihr Team rund 2 Jahre, um die Stadt von Einweg-Kaffeebechern zu befreien. Einen guten Start hatte das Projekt bereits. Seit Anfang November haben 11 der 37 Cafés das Leihsystem bei sich eingeführt.